Sehr verehrtes Publikum, erleben Sie nun einen der besten Kletterer Österreichs. Er ist Schüler unserer Schule. Aber das ist nicht alles. Große Verantwortung tragen natürlich auch die Sicherungskräfte am Boden. Es muss riesen Vertrauen herrschen zwischen diesen Personen, weil es darf einfach kein Fehler passieren. Ich wünsche viel Spaß bei der folgenden Show. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020